Hallo und herzlich willkommen Leute zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, heute wollen wir nochmal über Crypto.com, Crow, Cronos sprechen, denn wir haben dort einige interessante Neuigkeiten, neue Features, auch in der Crypto.com App, auf die wir einmal eingehen wollen. Anschließend schauen wir uns für immer natürlich nochmal den Chart an und ich würde sagen, wir legen direkt los. Ja, was euch mit Sicherheit schon entgegengesprungen ist, ihr habt es entweder per E-Mail bekommen oder, ja, es ist einfach in der App aufgetaucht, wenn ihr es dann in dem Fall geöffnet habt, die 24 Stunden Whitelist-Authentifizierung für neue Wallets. Da hat man jetzt die Möglichkeit, das Ganze manuell zu aktivieren oder eben auch zu deaktivieren. Das ist ja einerseits natürlich immer eine sehr, sehr schöne Funktion, die ihr auch definitiv aktiviert haben solltet, denn das, falls irgendjemand anders mal Zugriff bekommt auf eure App und dann ganz schnell seine Wallet verknüpft und einfach auszahlen kann, das funktionierte nämlich nicht, denn diese muss erst 24 Stunden gewhitelistet sein und in diesen 24 Stunden hat man natürlich Zeit, ja, darauf zuzugreifen, das zu erkennen und gegebenenfalls sich an den Support zu wenden oder andere Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen, sodass der jeweilige, nennen wir es einfach mal Hacker oder Fischer, was auch immer, eben nicht auf eure Werte zugreifen kann und sich diese auf die eigene Wallet einfach transferieren kann. Das ist eine sehr, sehr coole Geschichte, aber gleichzeitig hat das natürlich auch einen Nachteil, denn wenn man sich einfach eine neue Wallet erstellt hat und mal eben auszahlen will, kann man das selber einfach nicht. Also das hat dann eben nicht funktioniert, denn es wurde zunächst 24 Stunden blockiert. Was ziemlich blöd war, gerade wenn man ja irgendwo etwas hin neu überweisen möchte, ist es auch häufig so aus Sicherheitsgründen, dass die entsprechende Wallet-Adresse auch nur 24 Stunden zur Verfügung steht auf sämtlichen Plattformen und das heißt, es war teilweise von crypto.com überhaupt gar nicht möglich, solche Transfers zu vollziehen und das funktioniert jetzt einfach dadurch, dass man es manuell eben bestätigen kann. Wenn man eben selber so eine Transaktion macht, dann schaltet man das eben kurz einmal aus, whitelistet seine Wallet und ja, dann kann man das eben machen und danach kann man es wieder deaktivieren. Also ich finde, das ist ein sehr, sehr cooler Schritt, denn der ist natürlich wichtig. Thema Sicherheit, das sollte also jeder im Regelfall aktiviert haben, aber grundsätzlich, dass die Möglichkeit einfach auch besteht, das kurz zu deaktivieren, eine schnelle Transaktion von sich selber durchzuführen und das dann wieder zu aktivieren. Das ist wirklich eine sehr, sehr coole Geschichte. Also auf jeden Fall Fortschritt für die App, sehr gute Weiterentwicklung und wir schauen uns jetzt an, ja, was es einfach so Neues gibt bei crypto.com. Das hatten wir ja schon einmal gesehen, dass generell crypto.com nun die Lizenz auch im europäischen, ja, Bereich bekommen hat, in dem Fall für Frankreich und jetzt crypto.com kündigt Paris als europäischen Regionalsitz tatsächlich an. Crypto.com investiert in Höhe von 150 Millionen Euro zur Unterstützung des Marktbetriebs. Ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Die Erweiterung neben der Einrichtung seines regionalen Hauptsitzes in Paris wird die Investition von crypto.com dazu beitragen, sein langfristiges Engagement in Frankreich durch die Einstellung lokaler Talente zu verankern, um die Mühungen des Unternehmens in der gesamten Region voranzutreiben, wobei der Schwerpunkt auf Compliance, Geschäftsentwicklung und Produkt liegt. Zusätzlich zusätzliche Unterstützung wird in Initiativen investiert, um die Markenpräsenz von crypto.com im Markt durch Verbraucheraktivierungen, Engagement und Aufklärung voranzutreiben. Nun vom Nachricht vom CEO. Wir freuen uns sehr, unser Engagement in Frankreich und Europa durch die Einrichtung unseres regionalen Hauptsitzes in Paris festzulegen, sagte Eric Anciani, COO, Entschuldigung von crypto.com, es war nicht Chris Marsalek. Unsere behördliche Genehmigung war der erste wichtige Schritt auf unserem Weg nach Frankreich und wir freuen uns darauf, weiterhin mit Interessengruppen aus allen Sektoren zusammenzuarbeiten, um die neue digitale Wirtschaft in Frankreich zu fördern und den Kunden ein erstklassiges Crypto-Erlebnis zu bieten. Ja, die Kurse sehen natürlich immer noch scheiße aus, aber wir haben es jetzt auch mit Crypto, Bitcoin, Google gesehen. So ziemlich die größte Firma der Welt eigentlich. Also, ja, es geht alles in Richtung Massenadoption. Das macht natürlich noch nichts mit dem Kurs, denn wir sind im Bärenmarkt und die Welt sieht makroökonomisch scheiße aus, das ist klar. Aber generell, Crypto, Blockchain, das ist die Zukunft. Und das arbeitet im Hintergrund gerade so extrem, dass es auch einfach naheliegend ist, dass der Bullrun extrem wird bis zum Gehtnichtmehr. Bärenmärkte trennen die Spreu vom Weizen, definitiv. Aber ich denke, wir werden früher oder später den Bullrun der Vergeltung sehen und das wird uns alle sehr, sehr glücklich machen. Aber wir müssen nun mal auch durch diese schwierige, eklige Phase durch. Die kann natürlich auch noch ein Jahr oder sogar zwei Jahre anhalten. Das nützt nichts, da müssen wir durch. Wer das eine will, muss das andere mögen. Ja, schauen wir uns die nächste Sache an, bevor wir auf den Kurs eingehen. Denn die Crow-Kurs-Prognose, Kronos Play wird in den Unreal Engine Marketplace integriert. Kronos Labs hat eine Partnerschaft mit Unreal Engine geschlossen. Kronos Play wird in den Marktplatz der Entwicklungsumgebung für Spiele integriert. Wir wissen natürlich alle, wie groß die Gaming-Szene ist und ja, dass es auch einfach die Zukunft in dem Fall ist, sich dort Gaming mit Krypto zu verknüpfen, NFTs und so weiter sowieso. Also das wird die Revolution, definitiv. Und ja, der Markt ist riesig. Und wenn Krypto dort etabliert wird, trägt das natürlich mit am meisten zur Massenadaption von Krypto generell mit bei. Ja, der Anfang ist hier etwas irrelevant. Was aber wichtig ist, wie bei anderen Blockchains, zum Beispiel Ethereum und Avalanche, ist auch bei Kronos die Aktivität der Nutzer und folglich auch die Einlagen in diesem Jahr stark gesunken. Laut DeFi, Lama, Yama fiel der Gesamtwert auf nur noch rund 600 Millionen US-Dollar. Damit ist Kronos die zehntgrößte Blockchain nach diesem Parameter. Kronos versucht aber auch, ein wichtiger Akteur in der Gaming-Industrie zu werden. In einer Erklärung teilte Kronos Labs neulich mit, dass die Firma eine Partnerschaft mit Unreal Engine geschlossen hat. Es handelt sich dabei um eine 3D-Entwicklungsumgebung für Computerspiele. Im Rahmen der Partnerschaft wird Kronos Play in den Unreal Engine Marketplace integriert. Also auch das ist eine richtig krasse Partnerschaft. Ja, Krupto.com ist nicht einfach nur Sponsor von sämtlichen Sportmarken oder Sportaktivitäten oder Sportbranchen wie UFC, Formel 1, Fußball, FIFA. Überall sind sie ja dort mit dabei. NBA Lakers mit der Lakers Arena, die jetzt Krupto.com Arena heißt und so weiter sowieso, sondern sie gehen auch wirklich in die Gaming-Branche und eben auch in andere Bereiche rein, um dort das Marketing einfach voranzutreiben. Und das finde ich richtig krass, denn der Gaming-Markt ist einfach riesig. Und Kronos Play ist eine umfassende Suite von Entwicklertools und Integrationen. Die Entwicklern helfen, die Erstellung von Blockchain-Spielen zu ermöglichen, effizienter zu gestalten. Das Produkt wurde bereits von mehr als 15.000 Entwicklern, ganz wichtig, nur Entwickler hier in dem Fall, heruntergeladen. In einer Erklärung sagte Ken Temsit von Kronos, also um das Ganze natürlich dann auch zu testen. Ja, dann geht es hier nochmal weiter um Preisprognose oder so ein Gedöns. Das schauen wir uns jetzt natürlich auch noch an, allerdings selbst auf TradingView im Chart. Und ja, wir haben tatsächlich hier, das müsste sogar ein Lower Low gewesen sein, bei Crow ganz knapp. Ja, wir haben auf jeden Fall das Lower Low gesehen, wenn es natürlich auch nur knapp gewesen ist. Dennoch, ja, eher weniger geil. Also wenn man es natürlich im direkten Vergleich mit Binance BNB hat, dann brauchen wir nicht um heißen Brei reden. BNB steht deutlich besser da aktuell. Aber generell denke ich, dass Crypto.com sich sehr, sehr gut entwickeln wird. Es ist natürlich auch noch, ja, deutlich jünger auf dem Markt. Und gerade was die Kronos Chain dann natürlich auch betrifft. Und das braucht dementsprechend einfach ein bisschen mehr Zeit. Generell haben sie aber natürlich viel, auch wenn sie natürlich ein paar User damit vergrault haben und so weiter, durch die Karten-Benefit-Einkürzungen und solche Geschichten. Aber grundsätzlich war das ein wichtiger Schritt, ja, für die Weiterentwicklung, für die Existenzsicherung von Crypto.com natürlich auch. Ja, denn auch die müssen ihre Rechnungen bezahlen. Und ja, die haben sich, denke ich, ich will gar nicht unbedingt sagen, übernommen. Aber übernommen, um das langfristig zu halten. Aber das ist normal. So wie Crypto.com Preiskürzungen macht oder Einkürzungen bei den Benefits macht, so erhöht Netflix jedes Jahr oder alle zwei Jahre die Preise. Das ist ein ganz normales Marketing, ein ganz normales Geschäftsmodell. Ein paar werden sie vergraueln, der Großteil wird sowieso bleiben und neue Nutzer generieren werden sie trotzdem dadurch. Also von daher, das war ein wichtiger Schritt auf jeden Fall für die Weiterentwicklung. Und ja, ich finde es immer noch nicht schlimm. Ich finde es immer noch lukrativ. Klar gibt es mittlerweile vielleicht rein, was die Debitkarten betrifft, wie Plutus oder so attraktivere Modelle. Aber auch da werde ich euch sagen können, auch das wird niemals ewig so halten, wie es jetzt gerade hält. Also so ein Kartenhopping werde ich nicht betreiben, denn auch da wird es irgendwann Einkürzungen geben. Und als solches bin ich immer noch super mit crowcrypto.com zufrieden. Klar, der Kurs sieht jetzt gerade blöder aus, aber umso wertvoller wird unser Cashback sein, was wir hier die ganze Zeit sammeln. Von mir aus kann der gerne noch ein Jahr so tief stehen, definitiv. Das wäre natürlich schön, denn umso mehr können wir natürlich akkumulieren einfach. Insbesondere natürlich durch einen Referral-Bonus, durch Cashback, durch Staking natürlich auch. Also von daher, ich denke trotzdem, dass Cronos, Crow nennen wir es, wie wir wollen. Ich bin da immer noch bei Crow. Für mich ist es Crow, auch wenn es in Cronos umenannt wurde. Ich bleibe einfach bei Crow. Das war schon immer so und es klingt für mich einfach schöner. Ja, jedenfalls, ich denke trotzdem, dass Crow sehr, sehr gut hervorstechen wird, sofern der Bullrun wieder aktiviert ist und dass sie definitiv auch in der Lage sein werden, ihr Alltime-Hight zu brechen. Wann genau das passiert, kann ich euch natürlich nicht sagen. Ich denke, dass der ultimative Bullrun erst kommen wird, in Kombination auch mit dem Bitcoin-Having. Aber dann wird Crow definitiv sehr gut daraus stechen. Nicht unbedingt Top-Performer, da sehe ich dann tatsächlich eher sowas wie Quant, die einfach jetzt ja schon Vollgas geben und so weiter. Aber ich denke, dass Crow definitiv eine gute Zukunft vor uns haben wird. Ich bin auch gespannt, inwiefern die Werbung beim FIFA World Cup integriert wird. Kann man natürlich jetzt von halten, was man möchte, aber im Endeffekt schaut sowieso jeder. Also es macht, glaube ich, wenig Sinn, da für uns es den Moral-Apostel oder so zu spielen. Generell bin ich da auf jeden Fall sehr, sehr gespannt drauf, inwiefern wir dort Werbeanzeigen sehen werden. Und ob das Einfluss auf den Kurs nehmen wird, das könnt ihr mir gerne mal in den Kommentaren schreiben. Was denkt ihr? Ja, wird die FIFA-WM etwas dafür auslösen? Oder generell glaubt ihr, dass wir dieses Jahr als solches noch eine ordentliche Kurssteigerung sehen werden? Oder denkt ihr, das wird eher im Seitwärtstrend enden oder sogar noch tiefer fallen und wir sehen auch dann erst wieder steigende Kurse, wenn der Bullrun komplett aktiviert ist. Schreibt mir das sehr gerne in die Kommentare. Ansonsten würde ich mir mal sagen, lasst gerne ein Like und ein Abo da und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao. 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 Bis zum nächsten Mal.